Es wird die letzte rote Schürze sein, die wir auf dieser Weltreise zu vergeben haben. Aber sie ist auch etwas ganz Besonderes. Denn gleichzeitig ist sie das erste Ticket fürs Finale. Mit der roten Schürze und 55 Punkten ist unser erster Finalist oder Finalistin. Julia. So ins Finale zu kommen, hätte ich ja niemals für möglich gehalten. Und dann auch noch mit der roten Schürze. Es ist überwältigend. Es ist unglaublich. Julia, auch dir steht Ruth sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Den zweiten Platz mit 52,5 Punkten hat sich Hannes gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Bleibt also tatsächlich noch das dritte Ticket fürs Finale. Fares, Ramona, kommt ihr bitte nach vorne. Fares, dass du nicht der größte Dekorateur bist oder Dekokünstler bist, das muss man dir, glaube ich, nicht mehr lange erklären. Allerdings konntest du in der Vergangenheit mit deinem Geschmack wirklich einiges gut machen. Deine Matruschka heute konnte uns vom Design allerdings nicht überzeugen. Und hinzu kommt natürlich noch der letzte Platz aus der technischen Prüfung. Deswegen ist die Reise heute für dich mit 47,5 Punkten zu Ende. Aber Fares, lasst mich, bevor ihr euch da jetzt die ganze Zeit totknuddelt, noch ein paar letzte Worte sagen. Ich persönlich war selten so beeindruckt von jemandem, der so geschickt mit Geschmäckern umgehen kann wie du. Es hat mir wirklich von Herzen viel Spaß gemacht, dir bei der Arbeit zuzuschauen. Auch wenn du am Anfang immer fast einschläst beim Unterheben deiner cremigen Zutaten. Aber das, was am Ende dabei rumkommt und das ist für mich das Wichtigste, ist der Geschmack. Und da warst du für mich der stärkste Kandidat aller Zeiten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das von Christian zu hören, das war für mich schon ein Sieg an sich. Für mich reicht mir das, wirklich. Da Vinci, der Geschmäcker auf ewig. Also seine Rezepte mache ich zuerst mal. Du bist der, der ist echt der Beste. Das war ein großer, das gibt noch Warmut. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Danke, Herr Hammer. Vielen, vielen Dank.